Ah, guck mal hier, der Frank, unser Scheinungsanwalt, der ist auch auf Tinder. Den mitsch ich mal. Und meinen Weber-Grill, den liebst du auch, ne? Ja, den kannst du haben. Und weißt du was, ich bin verrückt, ich packe noch einen mit oben drauf. Und was haben wir denn hier, eine Makrele. Und das alles in einer Tüte für dich. Natürlich, du hast recht. Meine Affäre ist viel, viel dümmer und hässlicher als du. Aber dafür viel, viel schlechter im Bett. Du Ulrike, wenn du was brauchst, gar kein Problem. Alles gar kein Problem. Alles gar kein Problem. So, dann gehe ich jetzt leise. Ich weiß, wo es rausgeht, ich habe es ja gebaut.